Am Anfang war es eine Schnapsidee, doch die hat die Jungs aus dem Erzgebirge dann einfach nicht mehr losgelassen. Sie produzierten einen Film fürs Internet. Die Idee ist ziemlich einfach. Sprechwörter in Wort und Bild umsetzen. Zum Beispiel, wie auch hier zu sehen, nahmen sie sich Heißer Feger vor. Eine Idee, mit der die jungen Leute, sogar die Macher des renommierten Kurzfilmfestivals in Leipzig, vom Hocker finden. Salscheiß. Jeder kratzte Kurve! Sprichwörter und Redewendungen am laufenden Band. Ey, geh mal rüber, ich muss ja mein Computer runterfahren. Jetzt streue ich noch Salz in die Wunde. Oder sie kaufen unterm Ladentisch ein. Das Kaufstörz aber nicht ab! Also, du saust, du hast von dem Mal alle das in dem Schrank. Du hast von dem Mal alle das in dem Schrank. Patrick Konopka aus dem erzgebirgischen Lösnitz und seine Freunde hatten die Idee für diesen außergewöhnlichen Film. Und, Action! Du hast von dem Mal alle das in dem Schrank. Genau. Du packst jetzt deine sieben Sachen. Stickstiefel, Narbensäge, Nammerladen, Riesenfeber, Saftsack, Schmitzkasten. Das ist doch schnell von mir ist dran. Hast du noch alle das in dem Schrank? Jetzt habe ich aber die Brille auf. Anfang 2010 hat ein Arbeitskollege immer gesagt, einfach so im Raum, ich glaube mein Schwein pfeift. Und dann sagt wieder jemand anderes, das musst du verfüllen. Und so wie er das gesagt hat, war die Idee geboren. Das Drehbuch entwarf Patrick Konopka gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Papierfabrik. Nach Feierabend falten sie bis ins kleinste Detail an den Requisiten und Kostümen. Und Action! Ein Dreivierteljahr Arbeit, das sich gelohnt hat. Fast 200.000 Leute haben den Film bisher auf YouTube gesehen. Durch den Film, ja, weiß ich nicht, dann wird den Leuten das viel bewusster, wie viele Sprichwörter man eigentlich im Leben verwendet hat. Man hört irgendwo ein Sprichwort und sofort kommt, bing, das hast du ja schon mal gemacht, sowas. Also sofort in Verbindung mit dem Film zu setzen. Und sogar die Oma wurde gebraucht, als Synchronstimme. Wenn du mir noch einmal deinen Vogel zeigst. Sag gut, Oma, danke. Ihr habt doch eine Vollmeise. Nein, Pleitegeier. Wenn du mir noch einmal deinen Vogel zeigst, dann. Schnapskreuze. Jetzt reicht's. Für den geplanten zweiten Teil hat sogar die Oma Ideen. Oma, jetzt hast du wieder meinen Vogel abgeschossen. Jetzt fängt er Haussägen schief. Ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, gibt's doch. Und was der Paar nicht kennt, frisst er nicht, sagen wir immer. Wir suchen jetzt noch einen Raum für das Sprichwort mit der Tür ins Haus fallen, weil eben viel Dreck dabei wird und weil auch was kaputt gehen kann. Und dann für einen Schuss in den Ofen. So, bitte, Ihre Milchmädchenrechnung. Also die Rechnung, die geht näher auf. Der mach ich jetzt einen Strich durch, die Rechnung. Inzwischen ist der 10-Minuten-Streifen sogar für einen Preis beim Leipziger Kurzfilm-Festival nominiert. Vielleicht hilft es ja, wenn Otto Normalverbraucher noch ein paar Pluspunkte für die Jury sammelt. Ey, jetzt denkt man, das dicke Ende kommt morgen. Vielen Dank.